Herztes Saisonspiel, zack, drin ist er. 1-0 durch Laura Freigang. Besser kann man nicht starten. Laura Freigang, Doppelpack. Ich bin einfach so ein bisschen, ich lasse mal Sachen liegen und so lustig ist das jetzt nicht, aber es passiert mir auf jeden Fall ab und zu. Ich mag die Stadt, ich mag den Verein, ich identifiziere mich auch mit dem Verein, ich fühle mich wohl und es gab für mich keinen Grund jetzt zu gehen. Ich würde am liebsten mit Frankfurt noch Champions League spielen, das wäre natürlich ein großes Ziel. Aber ja, das Pokalfinale wäre natürlich auch eine große Sache und wenn wir es dann nochmal ins Finale schaffen würden, wäre auch schön. Es gab schon viele Frauen-Spieler, zu denen ich auch aufgeschaut habe, also zum Beispiel Renate Lingboer, die man jetzt auch alle dann mal kennengelernt hat, ist irgendwie auch ganz cool. Wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich auf jeden Fall auch einen Abschluss und es macht mir auch Spaß. Also es passt gut zum Sport, ich lerne viel auch über meinen Sport und ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich in der Zukunft hin will und das ist so eine ganz gute Ergänzung und Grundlage. Auf jeden Fall nach dem Pokalfinale, das war natürlich schon eine bittere Niederlage. Mit Wolfsburg kamen wir bestimmt noch eine Rechnung offen, wäre auch cool, einfach mal gegen Wolfsburg zu gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall die Großen ärgern und das sind ja Wolfsburg und Bayern und da denke ich glaube ich, dass wir diese Saison auf jeden Fall auch was schaffen können. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.